Moin, es gibt Neuigkeiten von Convolino und zwar haben wir euch ein KI-Tool eingebaut, was es sehr vereinfacht Texte zu entwerfen. Ich zeige das mal ganz schnell und zwar geht man hier auf Beiträge bearbeiten, jetzt sagt man neuer Beitrag und jetzt haben wir hier in dem Editor als letzten Menüpunkt den KI-Textbutton eingefügt. Wenn man den anklickt, dann kommt ein kleines Formular, ein kleines Fenster, an dem man sich relativ schnell einen Text generieren lassen kann. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, wir bräuchten einen Text für die neuen Dienstpläne, die an den Mitarbeiter verschickt werden sollen. Dann kann ich hier den Anlass wählen, hier kann ich jetzt Voreinstellungen treffen, zum Beispiel auch ein Jubiläum, was ansteht oder eine Verabschiedung eines Mitarbeiters oder eine Neueinstellung, vielleicht eine Bitte an die Mitarbeiter, eine allgemeine Information oder Sonstiges. Wenn man jetzt Sonstiges wählt, kann man hier einen eigenen Anlass eingeben, zum Beispiel Betriebsfeier oder so. Jetzt sage ich mal, ich habe eine Information und jetzt gebe ich hier das Thema, neue Dienstpläne verfügbar. Das kann nicht sagen, soll das sachlich oder locker oder lustig sein. Jetzt sage ich mal, aber Dienstpläne ist ja eher was Sachliches, also bleiben wir auf der sachlichen Ebene. Und dann kann ich Ihnen noch Dinge anklicken, wie zum Beispiel, dass der Benutzer aufgefordert wird, eine Lesebestätigung abzugeben, also dass man eine Lesebestätigung erwähnt oder vielleicht ist auch ein Kommentar ergeben, weil man das als Brainstorming-Beitrag nimmt, um irgendwelche Meinungen einzufangen. Oder ich kann auch sagen, dass Sie den anderen beachten sollen. In diesem Fall, ja, beim Dienstplan hänge ich den vielleicht als PDF dann dran. Also klicke ich das jetzt mal alles so an. Hier oben gebe ich natürlich noch meinen Titel ein. Minstpläne verfügbar. Oder vielleicht schreibe ich noch neue, das fällt besser. So. Und jetzt sage ich einfach mal Text erstellen. Und jetzt wird im Hintergrund ein Text erstellt. Dieser Text ist individuell, das heißt, beim nächsten Mal käme dann etwas anderer Text heraus. Also man muss keine Sorge haben, dass der Text irgendwie schon mal vorhanden ist. So. Und jetzt sehe ich hier, hier wurde jetzt ein Text erstellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten euch informieren, dass die neuen Dienstpläne ab sofort zur Verfügung stehen. Und so weiter. Und am Ende sieht man jetzt auch, zudem könnt ihr gerne Fragen oder Anmerkungen zum Dienstplan hinterlassen. Der Dienstplan ist ein Anhang beigefügt, der weitere wichtige Details enthält. Bitte beachte auch diesen Anhang sorgfältig. Ähm. Also wir sehen, dass er quasi dann diese angeklickten Optionen hier berücksichtigt hat in dem Text. Und ich kann den Text jetzt mit diesem Pfeil hier ganz einfach in meinen Editor übernehmen. Und wenn ich möchte, kann ich jetzt hier auch noch Sachen anpassen, die mir vielleicht nicht so gefallen oder die da noch rein müssten. So. Und dann kann ich sagen, hänge ich vielleicht noch den Dienstplan dran und sage veröffentlichen. Und schwupp habe ich einen Beitrag erstellt, ohne dass ich mir Kopf zerbrechen musste, wie ich jetzt den Text gestalte. Ich hoffe, das hilft allen Usern und wir wünschen viel Spaß damit. Bis jetzt! Bis jetzt!